Neuigkeiten von unseren Feinden, Lord Wechsler. Ich habe soeben von den Valdrogian erfahren, dass sie doch Frieden schließen möchten. Herzlichen Glückwunsch, euer Gnaden. Aber das ist nicht mein Sieg allein. Ich muss noch einen Gesandten zu Ihnen schicken, denn es gilt noch die Bedingungen zu verhandeln. Ich habe euch auserwählt, mich zu vertreten. Danke, mein Herr. Diese Ehre habt ihr euch verdient, mein Bester. Die Sache hat aber einen Haken. Mein Herr, ich habe geschworen, euch immer zu dienen. Und ich würde für euch mein Leben opfern. Er muss auch mit. Tanz den Chonsley! Scheiße. Tata, Tanz den Chonsley! Tata, Tanz den Chonsley! Dieser Friedensvertrag verlangt einer königlichen Zeugnung, also... Ich weiß, er nervt. Ich freue mich mal aus Lower Merckford rauszukommen. Wir zwei Wechsler gehen auf Tour. Wollt ihr wirklich dieses ganze Zeug mitnehmen? Ich packe immer zu viel ein. Was haltet ihr davon, wenn wir erst ins Zimmer gehen, etwas entspannen, dann möglicherweise an den Strand? Aber wir müssen nichts planen. Wir haben ja Urlaub. Nein, das ist eine wichtige diplomatische Mission. Wir fahren nicht in den Urlaub. Kunde, wir brauchen dringend noch Musik. Bade, bitte spiel den Party-Mix. Party, 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 everybody's at the party. We're all at the party, party, party. A bear has a long, long tail. He lives in a... Skip. Party, party, party... Schluss damit! Prinz, wenn wir Prinz Yashin treffen, müsst ihr ihn korrekt begrüßen. Ich mache es euch vor. Hashmena, Hashmenu. Im Ernst? Die sprechen nicht wie wir? Nein, ihr könnt nicht annehmen, dass jeder wie wir redet. Die wichtigen Menschen aber schon. Zuerst mal krass. Zweitens habe ich sie noch nie etwas anderes als Altwald-Drogesprechen gehört. Wenn ihr diese Sache überleben wollt, dann sagt ihr besser kein Wort. Verstanden? Ihr seid der Experte. Party, 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 everybody's at the party. Aus! Wie besprochen, haltet euch an mich und sagt kein Wort. Glocke, tweetst. Yashendra, Yashenma, Abunate, Habita, Rak'e. Sorry, dass ich unterbreche, aber kennen wir uns nicht, Mann? Nein, ich glaube nicht. Doch, ganz bestimmt. Hast du, äh, nein. Warst du auf der Falkeninsel? Ja, mein Vater hatte ein Fond. Wir verbringen dort die Sommer. Ach, da haben wir uns gesehen. Na klar. Warte, warst du auch auf Prinzessin Allisons Fest? Wie krass, ja. Mann, Ellison kenne ich schon ewig. Ich auch. Wir kennen uns vom Skifahren in den verbotenen Bergen. Die Berge gehören meinem Onkel. Wegen ihm sind sie verboten. Das hier, das ist verrückt. Total irre. Echt geil. Ja, Mann. Welch Freude. Komm rein, lass uns ein bisschen chillen. Ja, Shendra. Das ist meine Bude. Wow. Wie war die Reise? Eigene Kutsche? Ja, so macht man das. Dann, halt Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017